Ja, und damit willkommen zurück zu Gimini Heroes Reborn. Wir spielen weiter etwas eng hier. Eng ist ein sehr dehnbarer Begriff. Den Witz musste ich jetzt machen. Entschuldigt bitte. Ja, der Controller ist wieder vollgeladen. In der letzten Folge musste ich ja Folgenpause machen. Wollen wir mal. Das sieht nicht gut aus. Nicht nach unten schau. Oh Gott. Oh Gott, ich habe nach unten gesehen. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. War klar. 40% Gesundheit. Komme ich hier rüber? Ja. Okay. Alle, hopp. Um Gottes Willen. Oh Gott. Okay, kann ich nur draufstehen, auch in der Gegenwart, äh, in der Vergangenheit. Oh, das ist die Gegenwart? Nein, das ist die Gegenwart, ne? Okay. Okay. So eine kleine Jump and Run Passage. Ah, nein, 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 nein. Oh Gott. Äh, wo bin ich denn jetzt? Okay, ich bin wieder gespawnt. Ich wollte jetzt einfach ganz klassisch einfach da rüber laufen, aber das hat nicht ganz funktioniert. Gut, sind wir gestorben. Ist jetzt nicht so schlimm. So, was? Subjekt engagiert. Nein, hör. Bam. Jawohl. Alter Schwede. So geht das ab hier. So. Wir sind also in der Gegenwart. Und wir müssen schauen, wo wir jetzt hinkommen. Ne, jetzt sind wir in der Nein. Ciao. Okay, der ist noch nicht tot. Ist natürlich nicht so feierlich. Wir müssen ein bisschen aufräumen. Bam. Der ist weg. Na. Nein. Verdammt. Ciao. So. Oh, oh, oh. Oh, das muss ich. Das muss ich. Entschuldigung, das muss ich machen. Ja, der ist weg. Würde ich sagen. Der hat sich in Luft aufgelöst. Ist einfach hinter dem Ventilator gefallen. Warum auch immer. Alter Verwalter. So. Alter Verwalter, Gabelstapler. Okay, da unten sind auch noch Gegner. Ja, ja. Habe ich hier noch was zum wegsprengen oder so? Natürlich nicht, ne? Oh, was? Aua. Alter, was? Hör. Was? Rutsch da rein. Rutsch da. Aua. Lass das. Alter. Ich bin tot. Ich bin so gut wie tot. Ich bin so gut wie tot. Bäm. So, der ist auch weg. Bisschen Gesundheit auch. Alter, ich habe schon gedacht, wir sind tot. Kann ich das Funkgerät aufnehmen? Nein. Ich dachte, vielleicht mal eben jemanden anrufen oder so. Ja, Flex ist klar. Anrufen mit dem Funkgerät. Ich meine jemanden Hilfe rufen oder so. Aber nein, das kann sie nicht. Okay, ich glaube, das war's. Ich glaube, wir sind safe. Schauen wir uns noch ein bisschen um. Aber wie krass auch so die Grafik ist für so einen Indie-Titel. Also, ich finde es echt hübsch, muss ich sagen. Ich glaube, das habe ich damals schon gesagt. Und es macht echt viel Spaß. Es ist wie zu spiel. Also, Leute, kauft es euch. Es ist im Store erhältlich. Auf der Playstation. Ne? Und es macht echt viel Spaß. Klar, es gibt ein paar Sachen, wo man so denkt, naja, gut, mein Gott, könnte besser sein. Aber ich bin gespannt, ob wir Alex finden. Ah, guck mal, da ist noch ein Hinweis. Ich hoffe, die geht's den Eltern gut, genau. Ein Foto von beider Personen oder Eltern oder wie auch immer, die hier vielleicht gearbeitet haben müssen. Okay, wo müssen wir langen? Da müssen wir hin. Oh Gott. Okay, das hat gut geklappt. Mit Zeit verlangsam geht das eigentlich? So, oh, Jump'n'Run-Passage wieder. So. Und ich habe zwischenzeitlich noch nicht nachgeschaut, was Far Cry angeht. Ich muss gleich mal, gleich mal schauen, wenn ich hier ein bisschen, oah, wenn ich ein bisschen was aufgenommen habe. Ich höre schon wieder einen Ventilator, den ich nicht sehe, aber höre. Wo ist der denn? Ah, hier. Okay. Ich hätte nie gedacht, dass ein Kriechkeller so gut aussehen muss. Wie bezeichnet die denn den Keller? Ein Kriechkeller. Ich habe auch einen Keller, aber den nenne ich nicht Kriechkeller. Also, war doch richtig, ne, oder? Ein Kriechkeller. Was ist denn bitte der Unterschied zwischen einem normalen Keller und einem Kriechkeller? Okay, wir müssen da oben hin. Du kletterst nur auf den Baum, Cassandra. Ist doch nichts dabei. Ja. So, weiter geht's. Schauen wir mal, wie wir, wie kommen wir denn da hin? Ah, ich kann das, okay, ich kann das. Na. Kann ich das denn hier, kann ich das abnehmen? Äh. So, ganz langsam, vorsichtig. Ich, äh, uah, 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 uah. Okay. Klappt der super? Na, bist du wohl. So, jetzt aber. Noch mal hier durch, bis dann. Wenn der Boden nicht so schmutzig wäre, würde ich, was stand da? Würde ich ihn küssen. Sag mal, was, was, was ist mit der Frau los? Was, was erzählt die denn da? Ich würde den Boden küssen. Hä? Was ist mit der nicht in Ordnung? Alex sollte hier irgendwo sein. Ja, ich hoffe. Schickes Klo. Kannst direkt die Hände waschen, wenn du, äh, mit den Wursten fertig bist. Alter, aber was ist mit der Frau denn los? Was steht denn da hinten? Ach, das ist die vom Foto. Kann das sein? Sieht zumindest danach aus. Aber ich frage mich immer noch, sag mal, hat die so ein bisschen ihr Gehirn weggebrannt durch die Zeitreiserei oder warum sagt die auf einmal so Sachen wie für den Boden küssen? Sag ich da auch nicht, wenn ich irgendwo, ich sag mal, beim Doktor bin. Wenn ich jetzt zum Beispiel beim, ich sag mal, ich bin beim, beim Urologen und sag zum Urologen, Herr Doktor, wenn ihr Boden nicht so dreckig wäre, würde ich ihn gerne küssen. Der würde doch sofort sagen, ich gebe ihm eine Überweisung zum Psychologen, oder? Ich bin nicht hier. Ich sah dich vorher, mit den beiden Doktor. Du bist nicht einer von ihnen, und du bist nicht einer von uns. Ich habe die anderen geteilt. Was hat mit ihnen getan? Sie haben uns testiert, errichtet unsere Macht und wir inzügt mit neuen. Mason sagt es für die größte Gäste, aber ich weiß, dass er etwas schüttet. Und was für deine Eltern? Alles, was ich habe, ist meine Freundin. Schau, ich weiß nicht, wer du bist, was du hier wirklich machst. Aber wir brauchen deine Hilfe. Bitte. Ich werde dich beide aus hier. Whatever es braucht. Du kannst mir glauben. Wo sie die Schlüssel halten? Ein von den Garten hat eine Schlüssel. Wir müssen einen Schlüssel organisieren. Eine der Wachen hat den Schlüssel. Da müssen wir mal schauen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Guck mal, da ist eine Wache. Ich versuche die mal so ein bisschen sneaky mäßig um die Ecke zu bringen. Ich weiß nicht, hier sind Überwachungskameras, aber keine sieht uns. Ja, ist klar. So, jetzt noch mit dem Stuhl wie beim Catchen. Der ist noch nicht ganz durch. Wir haben den Schlüssel aufgenommen, obwohl wir zwei Meter von dem entfernt standen. Naja, gut. Äh. Warte mal Leben. Gehen wir mal in die... Okay. Gehen wir mal in die Vergangenheit reisen. Oder beziehungsweise in die... Warte mal, ist ja die Gegenwart, ne? Das ist ja die Gegenwart, das andere ist ja die Zukunft, oder? Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Ich habe, glaube ich, auch schon den Verstand verloren. So, wie komme ich denn jetzt hier... Oh. Oh, oh. Oh, oh. Äh, bitte was? Er hat schon grad die ganze Zeit auf uns gezielt, jetzt nicht mehr. Naja. Voll am Abhängen hier auf der... Voll am Abhängen irgendwie auf der, auf der, äh... Voll am Abhängen irgendwie auf der Lampe. Ja, es gibt einen anderen Weg da rein. Auf jeden Fall. Die Frage ist nur wo. Huch. Okay, hier sind die Zellen. Wie kriegen wir da einen anderen Weg rein? Das ist jetzt die große Frage wieder. Hm. Ist hier irgendwie ein Dings? Ich sehe nichts. Das ist, das ist das Tolle dabei. Oh, ich habe es abgebrochen. Entschuldigt bitte. Abtrünnung. Stufe 12. Einige Feinde können Wurfobjekte ausweichen. Die haben wir noch gar nicht kennengelernt. Die werden bestimmt gleich noch kommen. Sonst wird es ja da, glaube ich, nicht stehen. Gefahr durch Versetzen. Die Zeitreise aus diesem Bereich ist möglich. Was? Wo? Ciao. Werden wir schießen? Wie kann der denn da unten schießen? Alter, so tief fallen und dann noch leben? Du hast doch heute noch einen Apfel. Was? Was? Alex! Oh, mein Gott, du bist okay. Dankeschön. Wir sind wirklich großartig, Cass. Weißt du das? Du sagst, die Gärten hat dich verletzt. Look, Cassandra. Es gibt viel, was ich gesagt habe, was ich musste sagen, um dich hier zu kommen. Ich bin hier. Du weißt, dich vorbereiten für was du musst. Oh, Mann. Ich habe nur gedacht, dass ich dich gesagt habe. Aber Cass, ich wirklich leidere dich über dich. Ich wirklich leidere dich. Was bedeutet das? Du mich schreitst, Alex. Du hast gut gemacht, Alex. Und Cassandra. Du hast gewonnen. Alex? Du? Und Mason? Du kennst ihn? Du kennst ihn? Jetzt, jetzt. Du kennst das, was sie sagen, um den Messenger zu schreiten. Du werf für ihn? Alex hat keinen Fehler gemacht, und ich auch. Ich wusste, wenn du hier zurückgebracht hast, wenn du hier zurückgebracht hast, über deine eigenen Zeitlinie, das würde deine Erinnerung schreiten. Du sagst, dass ich hier schon gewesen bin. Ja. Das war dein Haus für ein Zeitpunkt. Haus? Was? 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 Ist das jetzt der Bossgegen? Oh Gott. Oh, um Gottes Willen. Oh Gott. Oh Gott. Äh, und jetzt? Huah! Alter, was? Willst du mich... Alter, willst du mich verarschen? Ich hab hier nichts zum Werfen. Was? Huah! Wow. Wow. Aua. Hör auf. Lass das. Was soll ich denn machen? Ich hab auch keinen Plan, was ich machen soll. Ah, okay. Verstehe. Ja, komm. Komm. Na, komm. Komm. Du kleiner Penner, Alter. Du kriegst ein bisschen raus. Halt der R2 gedrückt, um eine starke Druckwelle auszulösen. Ich greife so fein. Uah! Uah! Was? R2 gedrückt halten. Hör bitte was? Wie soll ich denn bitte... Wofür deine Druckwelle? Hä? Ich weiß gar nicht, was ich tue. Alter, was soll ich denn machen? Er hat zwei... Er hat zwei eine Druckwelle auszulösen. Aber für was denn? Für was? Ah, okay. Alles klar. Wenn er uns einsaugt... Ach, guck mal an. Uah! Bitte was? Was? Alter, was? Hör! Lass das! Lass das! Alter, was? Ich bin gleich tot. Ich werde so sterben. Ich werde so sterben ohne Spaß. Ich werde so sterben. Oh Gott. Komm her, du Drecksau. Komm her! Komm her, du Drecksau. Ich mach dich alle. Du hast mich angelogen. Ja! Final Bosskampf! Ja! Du bist so fertig, Junge. Du bist so fertig! Ja! Ja! Komm her! Hör! Ja! Ja! Oh, oh! Oh, das Bleck ist... Yeah! Jawohl! Warum würdest du das tun, Alex? Lieb so lange? Echt, wie du mich interessiert hast? Ich habe das gemacht. Ich habe das gemacht. Als ich den Anruf genommen habe, wusste ich nicht, dass du mehr als Freunde geworden bist. Und dass ich mehr als das will. Du musst wissen, dass du keine Verlust auf Lieb machen kannst. Es war nicht alles Lieb. Deine Familie war hier. In diesem Ort. Nein, du lief über meine Eltern. Nicht deine Eltern. Du warst hier. Und du... Du... Alex, bitte. Nein, bleib mit mir. Du musst nach unten gehen. Geh raus. Alex! Alex! She's still alive. She's still alive. Who, Alex? Who? Ich bin jetzt von der Verbeeren. Bei mir ist das nicht gut. Und dass ihr das nicht mehr, ist das nicht besser. Ich bin es nicht mehr. wir bekommen.